Seid gegrüsst Gaming Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Origins. Hier ist euer Don. Ok und gleich geht es weiter mit einer Ayo Erinnerung. Genau wie in der Schlacht von Salamis Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistocles. Und da ist die Borte. Verdammt! Foxidas, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann auch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an! Man bezahlte uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hm? An die Rude! Okay, dann rudeln wir mal. Normale Fahrt! Auf geht's! Normale Fahrt! Langsam jetzt! Und tiefen voraus! Ich bin nicht blind! Ich sehe die Scheren! Deine dritte Reise! Und du bildst Befehle wie ein Seebär! Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxidas! Lass mich nicht über Borg gehen! Das ist kein Tod für einen Helden wie mich! Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten! Ich sehe sie! Ohne Grund lasse ich mich nicht durchspeigert sorgen! Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken! Ich bin mir sicher, jetzt gibt's noch einen Hinterhalt! Segler am Horizont! Da! Das sind keine römischen Farben! Wo hat uns das Weibstück rein manövriert? Ptolemäus Schiffe! Zweifellos entsandt vom Orden der Ältesten! Was haben sie mit Ptolemäus zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Cleopatra! Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es so weit ist! Wir müssen uns sputen! Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft! Die See wird kochen beim Vulkan! Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen! Ist das Methana? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen! Ich werde mich nicht überraschen, wenn sie nur für uns ausbricht und uns einen Schwarm Seedrachen auf den Hals setzt! Du glaubst... Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen! Normale Fahrt! Leichte Schlagzahl! Fahrt an! Normale Fahrt! Fahrt an! Normale Fahrt! Erhöht das Tempo! So... Mehr Tempo! Erhöht die Schlagzahl! Wir werden all Feuer regen! Schilde bereit halten! Achtung! Um in Deckung zu gehen! L2 drücken! L2 drücken! Wir werden angegriffen! Mehr Tempo! Mehr Geschwindigkeit! Bereit zu feuern! Sachte! Sachte! Feuer! Deckung! Achtung! Achtung! Bereit zu feuern! Bereit zu feuern! Feuer! Feuer! Verdammt! Erwischt! Erwischt! Okay, so hier kommt... Rudert schneller! Wir werden angegriffen! Deckung! Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell! Achtung! Wir werden angegriffen! Sachte Senu! Ja, verdammt! Sag, schneller! Wir rammen sie! Wir werden angegriffen! Deckung! Bereit zu feuern! Im Rhythmus bleiben! Im Rhythmus bleiben! Wir rammen sie! Wir werden angegriffen! Schneller! Wir rammen sie! Erhöht die Schlagzahl! Mehr Tempo! L2 drücken! so sind die anderen schiffe wir werden angegriffen wir haben diese malattier fehlt auf die hat flossen die sind voller die brennen wie kamel scheiße so zuerst kümmern wir uns nicht wir haben sie wir werden angegriffen Oh, Raumgeschwindigkeit. Okay. Und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin Wild Bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Oh, oh, oh! Diese hundert Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Liebe wohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg! Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter! Ich sehe diese neue Missionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf geht's! Normale Fahrt! Normale Fahrt! Schneller! Wir rammen sie! Da! Ich sehe ihn! Pompeius im Norden! Keine Heile! Da könnten Patrouillen warten! Willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße-Weib sicher nicht! Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers! Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann! Weißt du, du solltest eher auf seiner Trierse segeln! Er passte gut rein! Wir wollen Pompeius nicht beschützen! Wir wollen ihn bestechen! Es macht mich krank! Feuerbomben bereit! Gebt den Befehl, wenn wir nah genug sind! Erhöht das Tempo! Oh, okay. Wir werden angeklopfen! Wir rammen sie! Wir werden angeklopfen! Wir rammen sie! Schrag zurück, Senu! Achtung! Normale Fahrt! Auf geht's! Achtung! So. Zugleich! Normale Fahrt! Wir werden angegriffen! Der Kuh! Das hat gesessen! Im Rhythmus bleiben! Wir werden angegriffen! Wir rammen sie! Deckung! Achtung! Achtung! Auf geht's! Normale Fahrt! Wir werden angegriffen! Deckung! Erhöht das Tempo! Mehr Geschwindigkeit! Wir rammen sie! Im Rhythmus bleiben! Mehr Tempo! Die stehen unter schwerem Beschuss! Wir müssen was tun! Zeit ist diesen Pestbeulen! Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe! Mehr Tempo! Schneller! Wir rammen sie! Erhöht die Schlagzahl! Getroffen! Verdammt! Deppung! Schneller! Wir rammen sie! Schneller! Wir rammen sie! Komm schon, Jungs! Einer ist noch übrig! Das war gute Arbeit! In dir steckt noch mehr als eine Hofdame! Hüte deine Zunge, alter Mann! Sonst zeige ich dir, was ich mit dem Schwert alles kann! Schneller! Schneller! Wir rammen sie! Rudert schneller! Schneller! Erhöht die Schlagzahl! Wir werden angegriffen! Schneller! Wir rammen sie! Achtung! Kommt schon, Jungs! Sie gehen unter! So muss das sein! Ha ha ha! Gut gekämpft! Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Mehr Tempo! Ich hab noch kein dieser Generäle persönlich getroffen! Keine Sorge, Aya! Ich benehme mich auch! Na ja, ist mal gut gegangen! Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe! Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich! Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können! Pompelius Magnus! Grüße und Freundschaft von Königin Cleopatra! Cleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Cleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Hm. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Also gut. jeito. w w w w w w w w w Bis zum nächsten Mal.